Musik und die Wohnung bauen dürfen. Ich bedanke mich nochmal mit den Paten, sozusagen, wer dieses Objekt ist hier. Und Herr Berg wird uns jetzt helfen, wie wir jetzt hier die schöne Kupferurne versenkeln. Und die Damen und Herren werden dann dafür sorgen, dass der Deckel braucht. Ich lege erst die Höhre rein, ja? Kelle und Helm. So, jetzt habe ich natürlich nur eine wichtige abschließende Sache vergessen. Wir haben so einen Snack-Truck und dann gibt es Pommes frites und Würstchen. Ja, Frau Küken, hier haben wir schon drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, ist das denn jeder? Die schlanken Damen, die immer nur Salate essen und so. Wir haben heute nur das da, aber glauben Sie es mir, einmal im Monat darf man sündigen. Es ist also jetzt eröffnet. Getränke, Würstchen, lassen wir uns noch ein paar Worte wechseln. Ich freue mich sehr. Und vielen Dank, Herr Eberlein. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020